Sind Ekaterina Leonova und ihre Fans schon Timon Krause hinweg? Die Bilder, die nun veröffentlicht wurden, erwecken diesen Eindruck. Kurz bevor Ekater Anfang 2023 bei Let's Dance Timon Krause kennenlernte, hatte sie 2022 ihr Schauspieldebüt gefeiert. In der Medical-Drama-Serie, Der Schiffsast, die auf RTL und RTL Plus zu sehen war bzw. ist, verkörperte sie die Tänzerin Daria Petrove. Obwohl das Format gute Quoten hatte, wurde es nach Staffel 1 abgesetzt. Ekaterina Leonova, heiße Szenen mit Moritz Otto beim Dreh von Der Schiffsarzt, dass Ekaterina Leonova eine wahnsinnige Chemie mit ihrem Drehpartner und Serienfreund Moritz Otto hatte, bemerkten die Zuschauer innen sofort. Doch dann kam erst einmal die 16. Staffel von Let's Dance und mit ihr die angebliche Beziehung mit Timon Krause. Schnell gewöhnten sich die Fans der gebürtigen Russin daran, sie an der Seite des Mentalisten zu sehen. Mittlerweile sollen sich die beiden getrennt haben, und Ekaterina Leonova zeigt sich endlich wieder mit einem neuen, alten, Partner. Auf Instagram veröffentlichte sie nämlich heißes Material der Dreharbeiten von Der Schiffsarzt. Darauf kommen sich Moritz Otto und Ekaterina Leonova sehr nah, während sie eine leidenschaftliche Salsa tanzen. Ein Teil der Szene war bereits in der Serie zu sehen, doch nun können sich die Fans die Aufnahmen endlich in voller Länge und voller Erotik anschauen. Wie versprochen zeige ich euch ein Backstage-Video von einem Tanz, den man in der Serie Der Schiffsarzt nicht komplett sehen konnte. Moritz, in der Serie, der Schiffsarzt Erik, und ich, in der Serie, Daria, hatten tatsächlich insgesamt vier bis fünf Trainingsstunden. Bevor unser Tanz von der Regie abgenommen wurde, der Tanz musste sexy und sehr selbstbewusst wirken, berichtet sie. Was viele jedoch nicht wussten, laut Ekater hatte Moritz Otto die Salsa zuvor noch nie getanzt. Ekater so eng mit einem neuen Mann zu sehen, ist befremdlich, gehört sie in den Köpfen vieler doch nach wie vor zu Timon Krause. Tatsächlich wurden die sechs Episoden von Der Schiffsarzt allerdings bereits zwischen dem 20. September und dem 15. Dezember 2021 gedreht. Unter anderem in Berlin und Spanien, sowie auf dem Kreuzfahrtschiff, Mein Schiff 3, Der Schiffsarzt, feiert Comeback. Wird es doch eine zweite Staffel geben? Der Schiffsarzt läuft seit dem 18. September 2023 noch einmal auf RTL-UP. Fans hoffen nun auf eine zweite Staffel. Ihr zwei habt das super gemacht. Es wäre schön, wenn die Serie fortgesetzt würde, heißt es beispielsweise unter Ekats Beitrag. Andere Fans bekommen bei dem Video ganz andere Fantasien. Toll, ihr beiden zusammen, sieht mega aus. Du mit dem hotten Schiffsarzt bei Let's Dance könnte dein 4. Sieg werden, M-E-G-A. Neuer Let's Dance Kandidat. Oder, das wäre auch eine schöne Let's Dance Kombi, schreiben Sie unter den Beitrag.